Das Hotel Du Nord liegt in Kopenhagen in Kopenhagen. Das Hotel Du Nord ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. 23 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 23 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,2 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,9 von 6 Sonnen. Service. 4,7 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.